Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 2, das Remake. So, und wir gucken erstmal auf die Map, weil wir haben jetzt den guten Mr. X an der Backe. Okay, pass mal hin, Schließfächerraum, nein, wir müssen... Aber wenn wir da durchgehen, kommen wir... Aber wenn wir hier nämlich durchgehen, kommen wir doch auch ganz... Ja, klar. Ist okay. Ist okay. Da kommen wir hier hin. Dann gehen wir hier durch. Ah. Okay, Moment. Äh... Da... Ah, da ist noch Moni... Nee. Wir müssen noch eins weiter hoch. Hier rum... War falsch. War falsch. Wir dürfen wieder runter. Also, ich darf wieder runter. Ihr dürft zusehen, wie ich... Hier ein bisschen rumwibbere. Und das schade. Es wird immer angezeigt. Da könntest du was machen. Aber es geht nicht. Ach nee, mit Leon haben wir da ja aufgemacht. Gut. Mr. X, wo latschst du lang? In ein Quadrat latschen. Okay. Hier, da kommen wir... Aha. Hier, wir müssen die andere Seite lang. Die Räume sind ja umgestellt. Warte mal. Dann gehen wir durch diesen... Wartebereich. Oh oh. Wir gehen doch hier irgendwo. Bearsch mich. Ah. Ja gut. Wir müssen eh in die Richtung. Ähm. Dann gehen wir mal schnell hier hoch. Äh. Ganz hoch. Und er läuft mir natürlich schön schnurstracks nach. So. Dann einmal hier durch. Hm. Ist das hier überhaupt richtig? Das ist immer die gute Frage bei mir. Ah. Ja, stirb jetzt. Aber hier oben waren wir doch schon. Ah. Voll falsch. Das ist ja nicht der Raum, den ich wollte. Okay. Dann sind wir jetzt erstmal hier. Ähm. Was? War denn das jetzt? Warte mal, wenn wir hier durchgehen. Und hier. Ähm. So. So. Dann kommen wir da schon mal rein. Und das bringt uns Schießpulver. Den Schlaf. Ne. Ach. Ich will mal rechtsklicken für irgendwas machen. So. Ach ja. Wieder ein Schlüsselspielchen, ja. Ja, okay. Okay. Dann war Stars hier vorne, oder? Stars. Genau. Okay. Dann. Schlüssel rein. Klick. Komm. Mache, 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 mache. Alles klar. Danke. Maschinenpistole. Gut. Jetzt haben wir die wenigstens schon mal. Den Trieb kennen wir schon. Das hört sich nicht nach Chris. Äh. Genau. Den nehmen wir wieder mit. Müssten wir hier alles abgeschlossen haben. Okay. Das ist richtig. Dann gehen wir mal hier lang. Können wir ihnen jetzt mal ein bisschen umgehen. Aber wartet mal. Gerne. Ach, ist schon auf vier. Naja, machen wir das. Machen wir doch gleich mal das hier. Okay. Oh, es ist auf. Oh, äh, ja, schön. Ja, manchmal funktioniert's, wa? Klick. Einzelteil. Können wir nicht untersuchen. Dann gehen wir jetzt nochmal runter und holen uns... Ähm, Momentum. Momentum, Momentum, Momentum. So, das machen wir jetzt mal so. Ähm. Schießpulver verstauen wir. Total bringt uns noch nichts. MP-Munition. Noch mehr MP-Munition. Gut, dann kommen wir bei die. Ach, komm, das verstauen wir jetzt auch mal. Den Schlüssel behalten wir. Die Taste geht gleich weg, weil wir ja... Ähm. Und wie schön er uns nachrennt. Also manchmal hab ich das Gefühl, der spawnt einfach so, wie's gerade passt. Nein, falsche Seite. Oh. Ist ja wieder mal so klar für mich. So, Moment. Moment. Also, 2, 0, 3. Und... 1, 0, 3. Äh, Taste. Okay, 1, 0, 3. Hinter. Messer. Äh, verstehst du? Hinter. Messer. Naja, gut. War lahm, der Witz, aber ich versuch's ja wenigstens. So. Alles klar. Dann haben wir da schon mal. Dann... Eine Tasche. Wir spielen eine Frau. Und Frauen freuen sich doch über Taschen. So. Oder? Ist, äh, war das, äh, das... Naja, komm. Ein Messer. Moment. Ähm. Äh, hier ist noch irgendwas? Ist denn hier noch? Egal. Also. Wir brauchen das zweite Elektro-Teil. Das heißt, wir müssen... Äh, was denn? Eigentlich dieses Teil für den Wagenheber-Eingang. Das ist das Dach. Die Wartsammlung. Äh, da haben wir doch eigentlich... Okay, ja, da sind wir noch nicht ganz... Okay, das ist alles gecleared. Also muss es hier irgendwo was sein. Den kommen wir nicht rein. Der obere Bereich, da ist, glaube ich, nur Kraut. Ein Dach ist mit Mission und Kraut. Die Wartsammlung. Irgendwas. Sehen. Äh. Swinger ist auch was. Und in der Leichnale, da war ja nur diese Anate... Das ist ja irgendwo... Da kriege ich nicht das, was ich brauche. Hier komme ich ja gar nicht erst durch. Da haben wir die und das und jenes. Sammlung. Was ist denn hier noch was? Irgendwas muss ich ja irgendwo übersehen haben. Ah, Munition. Das wird's gewesen sein. Okay. Wir kommen vor links, dann gehen wir nach rechts. Oh, nein. Oh. 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 Okay. Okay. in den raum kommen wir ja jetzt hier rum ne sprechungsraum dadurch shit ich muss glaube zurück ich wollte sagen verschwendung incoming das wollen wir nicht und übeln wir hier mal das brett also wir machen es ganz easy peasy du machst dein ding ich mach mein ding ich muss ihn irgendwie ausspielen aber der ist so ein großer breiter kerl nein voll das gewalt gegen frauen ist nicht okay das ist nicht okay erstmal schnell alles nachladen so dann gehen wir hier durch herzschlüssel genau den haben wir doch hier ist das werkzeuge was ich gesucht so wegwerfen weil den schlüssel brauchen wir nicht mehr dann bisschen schießpulver ist auch nicht verkehrt noch irgendwo was ein granätchen jetzt mal gucken wo lang müssen wir denn da kommen wir nicht raus weil oh ja und aus maul wie zweimal gleich hintereinander komm verarsch doch den anderen ja benutzen oh man 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 okay dann müssen wir jetzt in die bibliothek können wir hier lang klatschen ja lauf schneller ja einmal hier durch Moment bevor ich mich hier vor tourenzeit verschwende so wir sind hier also müssen wir hier links hoch zur bibliothek okay alles klar ja da geht gerade wieder sonst wo rum ne quatsch warte dann können wir gleich das uhrenteil mitnehmen ähm ach ihr wisst schon das tarnrad ja natürlich kommt der gleich nach ist ja logisch als andere wäre ja zu einfach okay zahnrad ja nehmen wir raus da hin da hin da hin da kommen wir dann oben ähm ach ihr wisst schon äh zum uhrenturm komm mal hin ja ist okay und weiter komm schieb weiter und der besuch ist da hier nicht noch was nein okay dann laufen wir eine Runde hier rum und lauf Claire lauf komm hier lang komm hier lang oh oh lauf Claire dann machen wir eine größere Runde damit wir vielleicht einen Moment mehr Zeit kriegen okay vielleicht überlegt er mal kurz Urlaub auf Hawaii oder doch nicht aber aber wir klettern gleich mal hoch Frenchcoatmann so okay Moment da geht es zum Uhrenturm alles klar nein geh weg Zahnrad Zahnrad okay und gleich wieder raus nehmen weil wir brauchen es eh nochmal äh Reteraturplan kennen wir schon warte mal ach ne ich dachte da war was zum holen da ist noch nix drin sag mir bitte nicht der kann hier rein also beim letzten weiß ich gar nicht beim letzten Mal ist er glaube ich nicht reingekommen okay kleines Zahnrad hier brauchen wir das große klack klack klackert die klackert klackert und unten brauchen wir das kleine äh ich hoffe echt der wartet vor der Tür geht nirgendwo anders hin und kleine Zahnrad klackert die klackert und großes Ding Dong Okay, gut. Ja, hat's. Mal wieder. So. Okay. Können wir nirgendwo weiter? Jetzt haben wir beide Elektro-Teile. Ich brauche jetzt nur noch... ...einmal... ...wo sind wir jetzt? Mit Ruhe. Aber da... Da ist doch was. Ah. Oh, das ist die Bulba. Okay, das müsste es dann... ...gewesen sein. Gut. Ah, dieses... Wie war denn das jetzt? Was? Dach. Sind wir doch da irgendwie wieder hingekommen. War das nicht? Ähm... Ja. Ja. Okay. Dann nehmen wir halt den Weg. Ah, haste gedacht. Haste gedacht. Oh. Oh, das führt ja gar nicht rum. Aber... Da gucken wir mal an. Moment. Das spielt uns ein wenig in die Hände. Warte mal, aber das können wir hier... Warte mal was. Nee, war es nicht. Dann... ...wischen wir einmal hier lang. Jetzt kommt der schon wieder an. Warte mal. Hm. Chefbüro. Alles klar. Hier wird der wohl nicht rein dürfen. Dann... ...was ist es nun? Elektroteil herausnehmen. Pistole verstauen wir. Jetzt... ...haben wir noch genug hochwertiges Schießpulver. Äh... ...wurde noch ein bisschen Pistole AG. Dann kombinieren wir dieses. Äh... Und haben Säuregranaten. Naja gut, besser als gar nichts. So, ich... Äh... ...wohnen wieder zurück. 200 Schuss sollten ja wohl im Moment reichen. Okay. Dann öffnen wir das Schächtelchen. Ja. Elektroteil. Nennen wir zwei... ...Elektroteile. Hm. Die waren das jetzt. Schlüsseltechnik... Äh... ...Techniken. Schlüsseltechnisch sollten wir jetzt alles haben. Okay. Nutzen. Benutzen. Jetzt geht das wieder los. Äh... Wie war das denn da? So. 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 Irgendwie mal gucken. Wird schon. Hm. Ja. So. Nicht. Äh. Eins haben wir verbunden. Jetzt müssen wir hier noch... ...Oben. Verbindung von da oben. Jetzt müssen wir von da unten den Strom noch da hinkriegen. Ah. Na gucken wir mal an. Manchmal klappt es ja. Hallo? Ja klar. Wir hatten so ein Telefon. Hallo? Schön dich wiederzusehen Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Ach, das haben wir ja. Na gut. Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Cherry okay? Vorerst. Ich schwöre sie, Miss Kaye, wenn sie ihr wehtun. Bitte, du willst was von uns. Du solltest uns ganz genau sagen, wie wir am schnellsten und sichersten da hinkommen. Hättest du das Börderding nicht fallen lassen, könntest du gehen. Keine Sorge, Sherry. Das ist alles bald vorbei. Irgendwo muss es hier rausgehen. Na, ganz bestimmt geht es hier irgendwo raus. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn euer Scotty sich vor Angst wieder mal in die Hose macht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.